so herzlich willkommen zu einem neuen video ja heute gibt es mal ein verlassenes haus ich bin hier irgendwo nirgendwo hinten ist ein spiegel sehr alt das haus ist ungefähr 186 jahre alt und strom geht nicht mehr geht gar nicht mehr glaube ich mal sehen ich habe die taschenlampe und ich würde sagen wir gehen mal los kurz erstmal die kamera umdrehen ist ein verlassenes haus ja hier kann man so ein bisschen gucken hier ich mache das mal ein bisschen ja hier ist noch irgendwie eine decke waschbecken kann aber versuchen ob das noch geht tatsächlich es geht noch im spiegel wird er mich irgendwas hier was ist das hier noch was das denn was das denn für zeug binaten creme ist ja noch hier ist noch ein spiegel steckdose ja das licht das tätig lieber nicht drücken diese schalter drücken wir nicht weil ich weiß nicht das ist kein lichtschalter oben stand irgendwas mit nicht drücken die klöpfe im haus ich weiß auch nicht drücken ja mal nicht hier haben wir noch so ein bisschen ein bisschen heller wieder hier machen sind wir hier irgendwo hier sind auch nochmal schalter ich kann ja mal gucken ob das funktioniert da leuchtet da leuchtet aber noch was da ist noch licht ich fasse das nicht an tatsächlich ich verdiene das licht kann ja meine lampe ausmachen spart geld so hier ist irgendwelche schokolade waren seit wann ist denn das gottes alles da kloppt bis 10 21 das heißt das steht dann nicht so lange in der jetzt ist der 10 des oktober das ist dass man nicht so lange lerne das haus ich bin auch mal jetzt hier runter gehen was haben wir den hier noch schön ist irgend so was komisches ein bild von der kirche ich habe oben gestartet das video weil grund es gibt einen grund warum ich oben starte hallo seht ihr mich ne aber naja so wo sind wir denn jetzt was ist denn das hier freitag samstag sonntag das ist so ein ganz alter warte kurz du mal wieder runter schrauben so ein ganz alter kalender aber warte mal oktober 21 das heißt das ist noch eine solange leer und es stand drin dass das seit dem achten seit dem achten oktober leer steht und jetzt haben wir den zwanzigsten glaube ich heute also das ist frisch alles hier verlassen legen wir mal hier runter hier unten ist auch noch so ein bisschen was ja dann mal gucken ob das auch geht um gott ist das hell es geht auch ja es geht alles noch ok selbst hier unten das geht noch gibt's doch nicht ist ja da haben wir das ist der hammer das geht alles noch was ist das hier ist das das klo das ist das klo ist das klo ist ohne land aber ich glaube die geht nicht hier ist der klo hier ist wirklich das klo okay hier ist das klo hier hier okay ich gehe mal lieber eine rein hüfte dann wieder fernseher ich will sonne naja immer wieder wieder hoch komisch das ganze haus hier ist noch nicht ach das geht auch noch und das hier und das denn hier und das denn hier für ein zimmer der boden das denn hier das denn hier ich habe noch so ein bisschen zeug ist ein loss place oder ein geschlossen place ist noch nicht so lange leer ich habe noch irgendwelche was hat denn hier versucht das mal kurz hier irgendwie so ein bisschen anzulegen das war ich bin neben mir das denn hier philips glühbirn das denn war das denn hier okay wir sagen es war alte lampe hier naja schuhe hier ja sieht ganz gut aus das haus das schwede war das hier das sind hier für ein zimmer hier boah hier stinkt boah ne das habe ich ohne so richtig jetzt angeschaut hier das zimmer was ist denn hier jetzt alles noch im bett aber wenn das licht hier geht da geht auch das auch tatsächlich das geht auch noch tatsächlich hier ist eine uhr fünf vor halb sieben stimmt das guck mal kurz hier an meine das stimmt sogar das stimmt sogar fünf vor halb sieben vier vor halb sieben was eigentlich ganz gut die uhr die geht noch was ist das hier für ein zimmer was ist das denn hier für ein zimmer hier das gibt es nicht das gibt es nicht das gibt es nicht haha hier ist der gleiche lautsprecher den ich auch hab zu hause das gibt es nicht das gibt es nicht hier ist noch ein paar trinken wann ist das haltbar wann ist das hier haltbar dritte erste 22 das gibt es doch nicht abgefahren abgefahren er war abgefahren ok stinkt das in der bude hier ist das von draußen jemals sieht in der nachbarschaft das ist ja wie immer das licht wieder an ist bei dem verlassen nach und generell im ganzen haus aus das ist nicht gut ich sage ich beende jetzt hier das video ich guck nochmal kurz hier ich beende jetzt hier das video und es war schön ja sehr schön ich würde sagen ich beende jetzt das video peace peace